Ja, mal wieder ein Podcast nach knapp zwei Monaten, wo ich zuletzt in Frankfurt war. Und Timmy und ich sind jetzt auf dem Weg ins Studio, besser gesagt in unser Rehearsal-Studio. Wir haben heute einen regnerischen Samstag und ihr könnt gespannt sein, was wir an Ergebnissen auf dem Weg ins Studio. Und wir haben heute einen regnerischen Samstag. Und wir haben heute einen regnerischen Samstag. Wir haben heute einen Regnerischen Samstag. Wir haben heute einen Regnerischen Samstag, bis wir innen. Wir haben auch einen Regnerischen Samstag. Das war's. Das war's. Das war's. Wir haben keine Lust mehr. Aber nach gut drei Stunden haben wir jetzt den fertigen Song und ja, was sagst du dazu? Ja, war erfolgreich. War erfolgreich und klingt trotz unseres Equipments sehr gut. Sehr gut. So Freunde, wir haben's jetzt, äh, wo ist die Uhr? Ja, 0 Uhr 24. Nach knapp drei Stunden haben wir den Song aufgenommen. Wir haben jetzt noch eben eine Nahrung zu uns genommen, dessen Namen wir nicht nennen wollen, aus werbetech-rechtlichen Gründen. Ja, ich wollte euch nur sagen, äh, dass wir wollten euch sagen, wir wünschen euch viel Spaß bei dem neuen Song Feel Your Misery. Der bei mir auf dem Kanal ist, der müsst irgendwo da neben euch, nee, da neben euch sein. So schräg da runter. Und, äh, ja, wir wünschen euch viel Spaß damit. Und das war mal wieder ein Podcast von Tomko und Tim. Und das war mal wieder ein Podcast von Tomko und Tim.